Im ersten Theorie-Video konnten Sie sich mit dem Medienbegriff vertraut machen, nun zum Kernthema und Namensgeber dieser Einheit, den Lernmedien. Salopp gesagt versteckt sich hinter dem Begriff Lernmedien ein Sammelsurium an Medien. Textbasierte, computergestützte, audiovisuelle und softwarebasierte, analoge oder digitale Medien, die man zum Lernen verwendet. Das heißt, Lernmedien sollen im Optimalfall unter Berücksichtigung lernpsychologischer, didaktischer und pädagogischer Aspekte produziert werden. Was also können Lernmedien sein? Dazu vorab eine unsortierte Einblendung von möglichen Lernmedien. Versuchen Sie beim Lesen einmal, diese für sich selbst ein wenig zu kategorisieren und zu einzuordnen. Wenn Sie nun versucht haben, die genannten Begriffe in übergeordnete Gruppen einzuordnen, sind Sie womöglich zu einer ähnlichen Struktur gekommen wie ich. Zum einen die Gruppe der gedruckten Medien, also den Printmedien. Als weitere die Gruppe, die ich hier als sonstige Lernmedien bezeichne, wie Vorlesungen, Tutorien und Lerngruppen. Und als dritte übergeordnete Einheit, der große Pool an digitalen Lernmedien, auf die ich nun etwas genauer eingehen werde mit dem Fokus auf Lernmedien, die über das Web bereitgestellt werden können. Zunächst aber noch ganz kurz einige Überlegungen, warum es überhaupt Sinn macht, digitale Lernressourcen zu verwenden. Die Potenziale digitaler Lehr- und Lernmedien liegen vor allem in ihren vielfältigen Einsatzszenarien. Wenn Sie sich an die in Einheit 1 vorgestellten Lerntheorien erinnern, werden Sie feststellen, dass mit digitalen Lernmedien Lernprozesse auf Basis der behavioristischen, kognitivistischen, konstruktivistischen und auch natürlich konnektivistischen Lerntheorie umgesetzt werden können. Wie so oft im Leben könnte man sagen, die Mischung macht's. Beziehungsweise jeder oder jede von Ihnen hat natürlich auch seinen ganz persönlichen Lernstil. Konkret ist festzuhalten, dass zeit- und ortsunabhängiges Lernen, sogenanntes ubiquitäres Lernen, unter Benutzung eines vielfältigen Angebots an oft frei verfügbaren Lernressourcen das selbstgesteuerte Lernen fördert. Durch den Einsatz diverser Lernmedien ergeben sich also neue soziale Kontexte und Kooperationsformen. Ebenso geschieht die Wissensvermittlung über unterschiedliche Kanäle und so können neue Einsichten und Zusammenhänge im Lernprozess lokalisiert werden. Den Medienbegriff haben wir im ersten Video dieser Woche bereits näher kennengelernt. Sehen wir uns also nun exemplarisch an, welche digitalen Lernmedien heute zum Einsatz kommen. Je nach Zweck und das setzt natürlich didaktische Überlegungen voraus, können gezielt einzelne oder kombinierte Lernmedien eingesetzt werden. Diese dienen zum Beispiel der Information, Kommunikation, Dokumentation, Visualisierung, Präsentation, Strukturierung oder der Verarbeitung. Das heißt, wenn ich mir im Klaren darüber bin, was vermittelt werden soll, lässt sich die Wahl auf ein bestimmtes Lernmedium leichter treffen. Eine rein textbasierte Information lässt sich über E-Books darstellen. Wobei hier gleich erwähnt sei, dass E-Books heute weit mehr können, als nur Text abzubilden. Die allgemeinste Definition eines E-Books besagt, dass es sich bei einem E-Book um ein elektronisches bzw. digitales Buch handelt, welches in einem bestimmten Format abgespeichert ist. In der Community gibt es jedoch bezüglich der Definition eines E-Books die weit verbreitete Auffassung, dass heute ein E-Book nicht nur in der Lage sein soll, Text darzustellen, sondern vielmehr auch audiovisuelle Inhalte und interaktive Elemente. Wenn Sie beispielsweise Wikipedia als Quelle Ihres Wissens verwenden und dort nach E-Book-Formaten suchen, finden Sie darunter auch Text, also reine textbasierte Dateien oder Doc-Dateien, die wir von Microsoft Word kennen. Dateiformate, also die weit davon entfernt sind, interaktive Elemente beherbergen zu können. Ein Format, wo sich salopp gesagt die Geister scheiden, ist das PDF-Format, Portable Document Format, welches in der Tat viele Vorteile mit sich bringt, wie zum Beispiel eine plattformübergreifende Lesbarkeit, sowie die Möglichkeit audiovisuelle Inhalte, wie zum Beispiel Tonspuren oder Videos zu integrieren. Jedoch fehlt zu weiten Teilen die Möglichkeit, interaktive Inhalte zu platzieren. Die populärsten E-Book-Formate heute sind das EPUB-Format, ein offener Standard, entwickelt vom IDPF, dem International Digital Publishing Forum, iBook als Format von Apple, sowie das KF8-Format, Kindle Format 8, für alle elektronischen Bücher, die von Amazon vertrieben und auf Kindle Endgeräten gelesen werden können. Eine heute immer mehr an Bedeutung gewinnende Form der Wissensvermittlung sind audiovisuelle Medien, also Filme und Videos. Diese Art des Medieneinsatzes ist in vielerlei Hinsicht eine geeignete Form, Lernprozesse zu unterstützen. Einerseits können in Videos komplexe Sachverhalte sehr anschaulich dargestellt werden, wie zum Beispiel Versuchsaufbauten bei Laborübungen. Andererseits eignet sich das Video auch als Format für Vorlesungen bzw. Vorlesungsaufzeichnungen oder aber als Werkzeug zur Kommunikation und Kollaboration in Gruppen. Ein wesentlicher Vorteil des Einsatzes von Videos liegt darin, dass diese heute sehr einfach und ohne hohen Kostenaufwand produziert werden können. Nicht zwingend müssen also die Videos von professionellen und teuren Unternehmen erstellt werden, sondern sie können durchaus im Rahmen von Lehrveranstaltungen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einfordern, ein Video zu produzieren. Über das minimal notwendige technische Equipment verfügt heute praktisch jeder, da ein Smartphone zum Aufzeichnen bereits eine ordentliche Qualität bietet. Software für die Nachbearbeitung der Videos steht in großem Umfang kostenlos im Internet zur Verfügung und daher ist der Einstieg in die Videoproduktion heute leichter als je zuvor. Lernsoftware sowohl für Desktop-PCs als auch für mobile Endgeräte, also Lern-Apps, sind weitere sehr flexibel einzusetzende Lernmedien. Darüber hinaus gibt es heute auch ein großes Angebot an Online-Tools, also Web-Applikationen, die nicht einmal auf dem eigenen Gerät installiert werden müssen, sondern für die man nur eine Internetverbindung benötigt, um diese zu nutzen. Ein wesentliches Merkmal bei Lernsoftware sind die interaktiven Übungen. Gut programmierte Lernsoftware erkennt anhand der eingegebenen Antworten die Wissenslücken und erstellt davon ausgehend Fragen, die genau darauf abzielen, diese Schwächen zu verbessern. Wenn ein Schüler zum Beispiel beim Rechnen Probleme mit der Division hat, werden in den Übungen automatisch vermehrt Divisionsaufgaben gestellt. Der Markt an Lernsoftware ist sehr umfangreich. Es gibt sehr viele kostenpflichtige, aber auch kostenlose Angebote. Eine Auswahl finden Sie in den Zusatzmaterialien zu diesem Kapitel. Eine spezielle Form von Lernsoftware versteckt sich hinter dem sogenannten Game-Based Learning, also einem spielbasierten Lernen. Es gibt jedoch nicht eine Form von Game-Based Learning, sondern es ist bei Game-Based Learning angeboten, darauf zu achten, unter welchen Gesichtspunkten die Spiele entwickelt wurden. A. Stehen die Lerninhalte im Vordergrund? B. Handelt es sich um ein Lernspiel, welches unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte programmiert wurde, wie zum Beispiel Genius-Lernsoftware? Oder C. Handelt es sich um Spiele, bei denen der Lerneffekt keine zentrale Rolle spielt, sondern eher ein willkommener Nebeneffekt ist? Eines der bekanntesten Lernspiele, wo das Spielen im Vordergrund steht, ist die App QuizDuel, die viele Millionen User auf ihren mobilen Endgeräten installiert haben. Hier duelliert man sich im virtuellen Raum mit einem realen Spielpartner oder Partnerin und beantwortet Fragen aus verschiedenen Kategorien. Das Computerspiel Napoleon Total War ist ebenso ein vorrangig kommerziell vertriebenes PC-Spiel, dennoch ist die Handlung darin in einen sehr genauen historischen Kontext eingebettet. Einige weitere Beispiele an Game-Based Learning Angeboten finden Sie wieder in den Zusatzmaterialien zu diesem Kapitel. Abschließend der hier angeführten Beispiele von Lernmedien seien noch kollaborative Web-Plattformen bzw. Web-Werkzeuge angeführt. Man könnte nun argumentieren, diese auch unter der Liste der Online-Tools zu führen. Da jedoch bei den kollaborativen Merkzeugen das gemeinsame Arbeiten ein wesentliches Kriterium darstellt und zentrales Merkmal die Funktion ist, gemeinsam Lernprozesse zu gestalten, sollen diese kollaborativen Merkzeuge gesondert erwähnt werden. Die funktionellen Möglichkeiten reichen von einer einfachen Plattform zum Kommunizieren bis zu komplexen Lösungen, wo das synchrone Arbeiten an Dokumenten genauso möglich ist wie das Dokumentieren bzw. Verfassen eines umfangreichen Projektmanagements. Lernmanagementsysteme bzw. Personal Learning Environments bilden hier einen so wesentlichen Bereich, dass diesem im Kurs Lernen im Netz ein eigenes Kapitel gewidmet wird. Beispiele für kollaborative Web-Tools finden Sie wieder in den Zusatzmaterialien. Lernen mit neuen Medien ist heute praktisch ein Synonym für das Lernen mit digitalen Medien. Eine Auswahl ohne jedoch Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben haben Sie nun kennengelernt und da Sie sich ja ohnehin bereits für den Online-Kurs angemeldet haben, lernen Sie auch genau in diesem Moment mit neuen Medien. . . . . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017